Hallo liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zurück zu euren astrologischen Kanal auf YouTube. In diesem Video werden wir uns die jetzige Zeitqualität anschauen. Ich werde eine kurze Analyse bis zum 7. September machen, also von heute 20. August bis zum 7. September. Und die Frage ist, welche Aspekte sind relevant in dieser Zeitspanne? Ich nehme am meisten die Spannungsaspekte, denn diese merkt man sich sehr einfach. Die blauen Aspekte, die man hier sieht, also diese blauen Linien, das merkt man sich nicht immer oder meistens nicht, denn alles läuft flüssig und unauffällig mit den harmonischen Aspekten. Und wir haben jetzt in dieser Zeit zwei Spannungsaspekte, die sehr relevant sind. Wir haben zum einen die Opposition Venus in Krebs gegen Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Alle drei sind rückläufig und das verstärkt ihre Auswirkung. Wir haben auch hier Mars, welcher in seinem Domizil steht, in Widar. Und eine Quadratur zu den drei dunklen Herren in Steinbock bildet. Das sieht man hier. Und wir haben Uranus rückläufig in Stia. Der R ist vor kurzem rückläufig geworden. Und die Sonne wird einen harmonischen Aspekt zu ihm am Anfang September bildet. Davon werde ich sprechen. Das sind die Themen oder die Aspekte, die ich relevant finde. Wir hatten vor kurzem aber einen neuen Mond in Löwe gehabt. Das war am 18. und 19. August. Heute ist der 20. August. Und hier geht es durch diesen Mond um die eigene kreative Selbstentfaltung. Wir werden dementsprechend bis irgendwann im September diese Energie vollständig erkennen können. Neue Monde sind Monde der Schöpfung. Ein neuer Siklus beginnt. Und die Früchte davon, von den Samen, die jetzt gesät wurden, werden wir innerhalb von den nächsten zwei Wochen sehen. Und ich wollte davon schon sprechen, weil der neue Mond ist natürlich ein wichtiger Mond im Zeichen der Hobbys, Sport, Urlaub, Spaß, Spaß haben, Kreativität, Kinder. Das ist Löwe. Löwe ist auch das Zeichen, in dem man sich ausdrücken sollte, seine Meinung, seine Perspektiven äußern muss, anstatt sich zurückzuziehen. Wir haben momentan eine sehr starke Betonung auf Steinbock. Steinbock ist zur Zeit richtig, richtig stark von den Planeten vertreten. Und das ist eine sehr heavy und harte Energie, die dazu führt, dass man sich zurückzieht, dass man die Regel respektiert. Aber diese Energie führt auch dazu, dass man alles verdrängt, was man denkt. Obwohl man eine Meinung gegen bestimmte Maßnahmen hat, man verdrängt diese und man passt sich an. Denn man hat auch eine gewisse Angst gegenüber den Machthabern, gegenüber dem Staat, gegenüber alles, was das Status quo sozusagen repräsentiert. Und das haben wir momentan sehr, sehr stark vertreten von der Astrologie her. Man kann das hier ganz klar erkennen. Wir haben jetzt gerade Steinbock hier und man sieht hier diese drei großen Planeten in diesem Zeichen, was diese Steinbock-Energie, Pflicht, Behörde, Regierung, Verwaltung, Chef, Cheffiguren, Autoritätsfiguren, Pflichtgefühl betont. Und alle diese Inhalte, die ich genannt habe, werden jetzt hervorgehoben sein und sind hervorgehoben. Und jetzt haben wir aber eine große Frustration mit Mars in seinem Domizil. Er bildet eine Quadratur zu diesem drei dunklen Herren in Steinbock. Das heißt, die Menschen sind nicht einverstanden mit alles, was jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene gemacht wird, aber man verdrängt es mit seinem Ärger oder man lässt das einfach nur so schrittweise raus. Also Tropf für Tropf, könnte man hier sagen. Obwohl es hier, es handelt sich hier nicht um Wasser, Wasserenergie, aber metaphorisch gesehen kann man das so sehen. Und ich habe auch in den vorherigen Videos euch gesagt, dass das eine explosive Kombination sein kann, weil Mars ist eine feuerliche Energie. Jetzt wird dieses Feuer gedämpft und das Feuer ist immer noch da. Das heißt, der Druck sammelt sich ein. Es ist die Frage, wie kommt der Druck raus? Gesellschaftlich gesehen und auch in anderen Ebenen der Wirklichkeit. Auf der individuellen Ebene heißt es, man kann mit diesen Spannungen vieles erreichen. Denn man weiß zumindest, was das Richtige zu tun ist. Man weiß das schon. Man weiß, wo muss ich arbeiten. Und es ist eine harte Arbeit, was man in diesem Jahr leistet. Nächstes Jahr haben wir aber eine ganz andere Konstellation. Davon werde ich bald ein Video auch machen in Bezug auf das Jahr 2021. Und wir haben bis Januar diesen Spannungsaspekt zwischen Mars und Saturn und Pluto und Jupiter. Das heißt, man kämpft sich durch, man ist fleißig, man respektiert die Regeln, aber man ist nicht zufrieden. Okay, das ist, was man hier ganz klar in dieser rote Linie sehen kann. Ich schiebe jetzt die Zeit. Also heute haben wir 20. August. Und wir sehen, dass die Planeten sich weiter bewegen. Der Höhepunkt des Sommers ist vorbei, denn die Sonne war die ganze Zeit jetzt in Löwe. Als die Sonne 15. Grad Löwe war, da hatten wir den Höhepunkt gehabt von diesem Sommer 2020. Jetzt ab 22. August haben wir einen Energiewechsel, denn die Sonne geht in das nächste Sternzeichen. Das ist Jungfrau und Jungfrau ist ein Zeichen der Perfektion, der Sauberkeit. Man könnte das so symbolisch betrachten. Im Sternzeichen Löwe feiern die Menschen, man feiert, man hat Spaß. Aber dann nach der Party, nach der Feier muss sauber gemacht werden. Und wer macht sauber? Jungfrau oder der Jungmann. Also es muss nicht unbedingt eine Frau sein, die sauber macht. Es kann auch ein Mann sein. Aber auf jeden Fall, Jungfrau ist das Zeichen der Sauberkeit. Es ist eine Erdenergie. Dann haben wir nicht so viel Feuer wie bei Löwe. Feuer ist warm und trocken. Das ist Löwe, das hatten wir jetzt die ganze Zeit gehabt. Aber ab 22. August wird das Wetter auch, es wird sich dann verändern, schrittweise. Okay, dann haben wir die Jungfrau. Und was mir jetzt aufgefallen ist, wir werden bald, also jetzt, ich würde sagen, ab heute und bis zum 7. September haben wir die arme Venus in Opposition zu den drei großen dunklen Herren hier, Jupiter, Pluto und Saturn. Was heißt das eigentlich? Das kann vieles heißen, je nach Geburtshoroskop. Aber allgemein gesehen, Venus betrifft das Thema Beziehung. Man könnte hier sagen, man könnte hier sagen, Beziehung zur Familie. Familie ist Krebs. Venus sind Bindungen, Beziehungen. Und wir haben eine Opposition zwischen ihr und diesen drei Herren hier, Jupiter, Pluto und Saturn. Die Opposition zu Jupiter in Steinbock heißt es, es ist die Frage, ob man Dankbarkeit bekommt für die Dinge, die man für die Familie oder für den Partner gemacht hat oder immer noch macht. Die Opposition zu Pluto heißt es, man könnte hier starke Begegnungen haben, also tiefgreifende Begegnungen mit Menschen. Das kann auch das Thema Liebe betreffen. Und man kann auch Krisensituationen in Verbindung mit der Familie oder mit dem Partner erfahren. Und dann haben wir die Opposition zu Saturn. Das heißt, man sieht sich zurück oder vielleicht sollte man sich bei manchen Situationen in der Partnerschaft, in der Familie zurückziehen. Dieser Aspekt betrifft auch das Thema Beruf und Berufung. Wenn das so ist, dann sollte man sich gegenüber einem Chef auch ein bisschen zurückziehen, beobachten. Es würde jetzt momentan nichts bringen, sich dagegen zu äußern, das im Bereich des Berufes. Und wie gesagt, dieser Aspekt bleibt bis zum 7. September vorhanden. Es ist auch die Frage, ob man zufrieden ist mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin. Denn man hat auch sehr viele Verpflichtungen. Man kann aber auch sehr anhänglich sein, sehr abhängig von einer Person. Und dann stellt sich die Frage, soll ich mich vielleicht ein bisschen zurückziehen? Soll ich vielleicht ein bisschen unabhängiger werden im Bereich der Gefühle? Ja, das ist die Frage. Denn jegliche Abhängigkeit hat seinen Preis. Alles hat zwei Seiten im Leben. Auch das Schöne im Leben hat eine dunkle Seite. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Und dann haben wir bald, also ab dem 28. August, haben wir die Opposition Merkur, wir sehen hier Merkur in Jungfrau, gegen Neptun in Fische. Hier geht es um die, also so grob erzählt, es geht um die Erkenntnis der Wahrheit. Man sollte erkennen, was ist nicht wahr in meinem Leben? Was ist falsch? Was soll ich korrigieren? Wo soll ich mich ein bisschen bemühen, die Dinge richtig zu machen? Das ist die Frage und das weicht natürlich je nach Horoskop ab. Aber allgemein gesehen hier könnte man hier auch belogen werden von jemandem. Lügen gehören zu dieser Kombination Merkur-Neptun. Das Gute von diesem Aspekt ist, dass man hier auch kreativ sein kann. Arbeit mit den Händen ist sehr begünstigt, denn Jungfrau ist Handarbeit. Und Uranus wäre die Kreativität. Zugang zu den anderen Welten. Und dann kann man das praktisch in der Praxis anwenden. seine Vorstellungskraft praktisch umsetzen. Das könnte man machen. Das ist das Positive daraus. Aber das Negative wäre Täuschung, Selbstenttäuschung, Lügen. Auch etwas, was in den Medien gesagt wird, das wird nicht stimmen. Was natürlich oft geschieht. Das wäre ja nicht Neues. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, zwischen 28. August bis 3. September haben wir diese Opposition Merkur-Neptun. Darüber hinaus kann ich euch sagen, diese Kombination kann mit anderen Planeten im Geburtshoroskop Unfälle verursachen. Das sollte man auch im Hinterkopf haben. Und wir werden auch bald einen harmonischen Aspekt zwischen Uranus und Zone haben. Das beginnt schon am 29. August und endet irgendwann im September. Also das Ende dann im Laufe der ersten Septemberwoche. Und das heißt, dass der Monat September wird sehr gesättigt sein von neuen Anreizen, von neuen Situationen, die entstehen, wo man das Ungewohnte erfährt. Etwas Neues. Also es scheint ein beweglicher Monat zu sein, September 2020. Da wird man Neues hören, Neues erfahren. Oder vielleicht sollte man aktiv werden und in seinem Leben dazu sorgen, dass man Abwechslung erfährt. Das haben wir dann am Anfang September. Uranus rückläufig in Stier, Trigon, Sohne in Jungfrau. Sohne bedeutet die eigene Kreativität, Selbstentfaltung. Jungfrau heißt, man sollte seine Träume jetzt real machen. Seine Projekte, das was man erreichen will. Man sollte vom Allgemeinen zum Konkreten gehen. Zur Praxis. Denn Jungfrau ist sehr praktisch veranlagt. Und Uranus ist die Neuigkeit, die eigene Freiheit und Eigenständigkeit. Und diese Themen werden, oder diese, das was ich euch erzähle allgemein, das wird den Monat September 2020 prägen. Das ist die Energie, die wir haben. So, liebe Astro-Rebellen, zum Schluss werde ich jetzt nur die Energien anschauen. Also wie gesagt, wir haben hier eine Betonung auf Steinbock, hier. Und Erde, das Grüne hier. Also wir haben viel Erde, Pflichtgefühl, Verpflichtung, sich zurückziehen. Also wir haben genug von dieser Energie gehabt in diesem Jahr. Und ich freue mich auf nächstes Jahr, denn wir haben dann nächstes Jahr einen großen Abbruch mit dem Status quo. Also wir haben eine ganz, ganz frische und neue Energie. Ich bin gespannt. Das wird schon ab Februar losgehen. Und kann auch im Januar schon sein. Aber auf jeden Fall wird der Uranus der Hauptspieler sein im Jahr 2021. Was natürlich viel Abwechslung und viel Neues bringen wird. Im Gegensatz zu dem, was wir das ganze Jahr 2020 immer noch haben. Man sieht hier diese drei großen schweren Herren im Steinbock. Also so viel Steinbock, so viel Arbeit, so viel Härte und Verpflichtungen. Und das ist manchmal zu viel, ja. Also man braucht auch seine Freiheit, Abwechslung, kreatives Chaos, ja. Und das werden wir bald haben, liebe Astro-Rebellen. Ich bin fertig jetzt mit diesem Video. Wenn du, meine liebe Astro-Rebellin, eine individuelle Prognose haben möchtest, was natürlich in diesen Zeiten sehr hilfreich für dich wäre, dann kannst du dich gerne bei mir melden bzw. eine Beratung buchen. Meine Webseite kennst du schon. Wenn nicht, findest du diese unten bei der Beschreibung dieses Videos. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.